Der Eindruck vom Konzert war hervorragend. Tolle Musik, super Location. Ich bin richtig stolz auf den Künstler. Hat er gut gemacht. Peter hat meine Erwartungen erfüllt. Also er war frei, offen und hat im Prinzip das geliefert, was er immer liefert. Hat uns sehr gefallen. Wir kommen aus Lübeck extra hierher. Astrein. Also ich drück mal die Daumen. Ein Stern geht auf und das geht steil berauf. Das hat mich sehr gefreut. Ich finde, er hat geraubt heute Abend. Ja, er hat zu viel geraubt. Genau. War sehr schön und das nächste Mal können wir dann auch alle die Texte mitsingen. Ich fand Peter richtig cool und ich habe alle Autogramm von der Band bekommen. Peter, das war super! Echt Spaß gemacht. Ja, voll gut. Gute Stimmung. Peter hatte eine super Energie auch. Tolle Ausstrahlung gehabt, glaube ich. Das war echt ein gelungener Release, würde ich sagen. Wir ziehen los und erobern die Welt So groß und so frei Es gibt nichts, das uns hält Wir ziehen los Wie immer sensationell Immer weiter und weiter Und draußen wird's weg Jungen! 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 Vielen Dank.